So, wir sind heute auf dem Bühlenzsag, wir haben zu einer Gala, die er veranstaltet in Wien. Wir sind mächtig gespannt. Er hat ja bei uns gekämpft gegen den Tiet Riesberger auf der Catchfight. Jetzt organisiert er eine in Wien. Und so wie es ausschaut, macht euch das Veranstalt auch eine sehr gute Figur. Sehr gut sogar, ja. Die Halle schaut super aus, deswegen gehen wir gleich rein und schauen uns gleich die Halle an. Oder? Unbedingt. Gehen wir sie an. Oh, mach die Körbe raus, du schmuck! Ja! 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 Das ist normal! Ja! Das ist normal! Ja! Das ist normal! Ja! Niemand von euch geht in den Ring, der einen Kopf-K.O. in den letzten vier Wochen erhalten hat. Übersetzen! Jetzt kommen wir raus und schauen uns ein paar Kämpfe an. Bis gleich! derecho, circ's zur Absatz! Verklichkeit! Hier sind alleぉ! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Schau, und ich sag dir, ob du es rauskriegst, brauchen wir ja keine, oder? Ich muss eben nach vorne kommen. Ich muss eben nach vorne kommen. Ich muss eben nach vorne kommen, ich sag dir, ob du es rauskriegst.